Einmal muss jeder unterschreiben, ne? Auf fünf Karten? Auf fünf Karten muss jeder unterschreiben. Was freutcht mich denn voll? Ich ess gerade. Was ist los, Kevin? Warum ist bei mir... Bei mir ist mehr Käse als bei mir und ich hab eine Käsepizza. Bei der Extra-Käse. Da verkackt, ne? Ich hab mich auch gefragt, ob ich die Extra-Käse unterscheide. Wo ist da Extra-Käse? Da ist zum Beispiel gar kein Belag drauf. Das hast du auch mit jedem bestellt. Jeder hätte die verdient. Wollen wir mal tauschen? Das ist klar. Und du hast dein ganzes Blech bestellt, oder? Mit Kevin zusammen. Wie schmeckt's, Kevin? Fettig. Fettig. Beim letzten Mal habt ihr noch Salat gegessen. Ja. Kevin hat den Salat. Der war fettig. Der war fettig. Da ist der Salat. Mh, schon will natürlich. Fettig, Alter. Kannst du nicht essen? Fettig, Alter. Bei mir nicht. Was hast du ihr bestellt? Spaghetti Carbonale. Schmeckt nicht so gut wie zu Hause. Nicht so gut. Nicht so gut, Brutti. Zu Hause sind wir am besten. Bei Freunden, ja. Guck mal hier. Wohnst du mit deiner Freundin zusammen? Ich wohne mit meiner Freundin zusammen, ja. Und die kocht besser als deine Mutter? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ohhhh. Aus dem Konkur. Okay. Akzeptabel. Klaus, oh ja. Lass die Lisa nicht das Video sehen. Weißt du, ja. Vermöbeln ja. So ein Holzlöffel. So ein Holzlöffel ist. Sie sind gleich angestempelt hier. Kann ich nicht mehr. Das Hausraub. Ja, Alter. Ja, Alter. Ich bin satt. Ja, packe ich. Ich auch. Serious? Das guckt. Das ist schäden. Aber das Stück geht, das braucht ihr nicht, oder? Nee, das stimmt. Das mecke ich auch bei meiner ganzen Person. Kann ich ja mal abschaffen und fange mal mit Kummer. Ne? Das sagt gar nichts, ne? Bist du ja nicht in der Schweiz? Ja. Der Rand wird bei uns liegen. Ehrlich. Schlein einfach so. Weggeworfen worden. Ja wirklich. Das ist für die Hunde. Für die Hunde. Der Fache. Also für Kräsehäute. Danke. Ich habe Narbe und dann auch mein Ingen. Nee. Gib mir mal so einen anderen Stift. Und du willst nichts? Warum? Wo mir Narbe warst. Achso. Ich dachte schon, was Gesundes ist. Nee. Tschau. Sieh mal. Dankeschön. Hast du noch einen Stift? Mhm. Hast du auch Farben? Nee, leider nicht. Dann mache ich nicht rum. Ich habe leider eine Kunde. Ich liebe dich. Als Mädchen soll man immer Farben machen. Aber vorne auf der Seite am besten. Warum vorne? Sieht schöner aus. Wie soll ich da was malen? Ja okay, dann mache ich hinten. Soll ich das hinten oder vorne? Wie du möchtest. Vorne? Nee, vorne machen. Ja. Ja. Okay. Jetzt mache ich nur so. Nee, so wie du. Ja. Ich würde irgendwas malen. Das Problem ist, dass du mir mal die Langzeit kurz aufhören. Was mal ich denn, Manu? Du sollst das zwei malen. Irgendwas rotes. Irgendwas rotes. Ohhhh. Nee, Mann. Jetzt kann ich hier nicht hinlegen. Ohhhh. Mann. Ich meine ehrlich. Ich muss hier aber kurz nach unten sitzen. Der Tisch ist jetzt mehr fett. Hallo, das ist mein Bereich. Ist der? Ja, hast du nämlich richtig? Jetzt sag mal, warum hast du hier eigentlich diese Pflaster an deinem Nacken? Ähm. Meine Freundin ist Physiotherapeutin. Und die meinte, wenn man lange zockt, dann stabilisiert das den Rücken und den Nacken. Wie weit gehen diese Pflaster? Bis hier. Ja, bis zur Mitte. Okay. Bis zur Eiche. Bis zur Eiche. Du darfst sowas nicht sagen, Kameraden. Du wirst an, ey. Die gucken doch nur Jungs zu. Die wissen was heute. Ich bin doch selber. Mündeln. Ich glaub's jetzt MNL. Ich hab nur meinen Namen. Ich hab nur meinen Namen. Alter, das ist der Gift. Keiner kenn ich meinen Mündeln? Doch. Obi. Deswegen auch MNL. Okay, überlegen. Ich hab eh keine Ahnung, was ich malen soll. Du sollst das 2 malen. Ich mal kein das 2. Du sollst das 2 malen. Kannst du nicht mal Smokes schon? Fuck. Ich mach nix. Na, Kaffee? Nee, nicht. Ich guck mal einen Finger an wie die Glänzen. Der hat ihn auch wieder an. Der hat ihn auch wieder an. Ich mach wieder. Ich ess mit rechts und nicht mit links. Das ist egal, die Glänzen trotzdem. Danke. Das klingt jetzt die unbekannte Kipp. Du musst dich auf deine Hand setzen. Du musst dich auf deine Hand setzen. Nein, das ist die Unbekannte. Das ist die Unbekannte. Das ist die Unbekannte. Ich bring dir noch Sachen rein. Jetzt mach ich. Ich mach ein Haus mit Nikolaus einfach drauf. Kannst du noch einen schönen Spruch drunter schreiben? Okay. Ich mach das Nikolaus. Komm mal auf, wie ich das mach. Achtung. Das ist das Haus von Nikolaus. Von deiner Mutter. Von wem ist eigentlich dieser Kuchen? Von seiner Mutter. Von meiner Mutter. Von meiner Mutter. Stimmt aber wirklich. So. Was ist das, Mann? Was ist das hier für ein Kuchen? Käse. Kannst du auf deine Pizza tun, ne? 10 Euro. Ich hab schon... Klartoffeln mit Vanille zu trinken. Spielt eine Rolle, was ich noch nicht. Der große Ordner Schweizer. Du kannst einfach mal nach Englern. Ich dachte, dass es so ist. Hier auf der einen kannst du irgendwas malen. Oder irgendwas schreiben. Oder mit deinem Namen. Damit du weißt, dass es deine Karte ist. Denkst du da. Die Bronze oder... Kannst du das Haus von Nikolaus angeziehen? Heißt, das ist Kamin. So. Was machen wir noch? Wir brauchen eine Tür. Ein Computer. Hier kommt noch eine Tür hin. Hier. Hast du auch noch eine Halt? Ja, hier. T? Ja, das ist der Griff, wo wir auch machen. So Griffe gibt's gar nicht mehr. So Griffe gab's früher. Ich bin altmodisch. Guck mal, du kannst auch 3D machen. Sag. Was steht denn eigentlich auf deinem T-Shirt drauf? Die Wahrheit. Zeig mal kurz. Kann das gar jemand machen. Sieht mal. Also schreib schon drunter. Siehst du, da hab ich sowas. Ich weiß, ein Mensch in der Welt. Ja. Das ist einer der wenigen Überlebenden. Der Aussterbenden. Ja, das ist ja. Daaa. So. 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 Weil jeder kann ja so kackbraune Haare haben. Voll scheiße. Ich find, sie ist süß. Sie ist echt gut geworden. Oh, sie ist süß, Camille. Ja. Ich bin immer süß. Ich bin immer süß. Ich bin immer süß. Wir haben gestern schon die Taste aufgesteckt für Meryl. Das ist Camille da drauf. Mehr braucht nicht. Für euch bin es süß. Mehr braucht nicht. Ja. Okay. Außer für Joey. Muss mir erst noch was überlegen. Haha. Für Joey. Hallo. Haha. So ist gut. Ja. So ist gut. Meist du nachhalt? Ja. Nicht schneiden. Doch. Ich darf schon. Guten Appetit.